In diesem Video zeige ich dir die besten Tipps und Tricks für den S-Pen, das Galaxy S23 Ultra. Am Ende zeige ich dir auch meinen absoluten Lieblingstipp. Schau dir das Video also bis zum Schluss an. Let's go! Kurze Ankündigung in eigener Sache. Ich verlose gerade ein Galaxy S23 Ultra im Wert von 1400 Euro. Wenn du beim Gewinnspiel noch mitmachen willst, schau mal in der Beschreibung. Starten wir mit dem ersten Tipp und zwar kannst du mit dem S-Pen dein Galaxy Smartphone auch einfach entsperren. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Gehe dazu ins R-Command-Menü, tippe dann hier unten auf Einstellungen. Jetzt scrollst du runter zu weitere S-Pen-Einstellungen und hier oben siehst du schon Entsperren mit S-Pen, das aktivierst du. Jetzt musst du einmal deinen Pin eingeben und jetzt musst du dein Handy erst einmal sperren und dann entsperren mit deinem Fingerabdruck oder deinem Pin. Und nachdem du deinen Pin eingegeben hast, kannst du jetzt dein Handy auch immer mit dem S-Pen entsperren. Einfach auf den Button klicken und zack bist du im Gerät drin. Tipp Nummer 2, du kannst das Menü anpassen und zwar, dass es nicht so groß ist und auch die Apps dabei. Gehe dazu einfach in die Einstellung und dann auf S-Pen Befehle. Hier kannst du wählen, ob du die breite Ansicht haben möchtest oder die kompakte. Und hier bei Schnellzugriff kannst du die Apps wählen, die angezeigt werden sollen. Du kannst zum Beispiel einfach hier mit dem Minus die App entfernen und dann wenn du hier einfach auf eine andere klickst, die hinzufügen. Und wenn du jetzt dein S-Pen-Menü öffnest, dann siehst du, nimmt es viel weniger Platz weg. Du kannst also den Text im Hintergrund noch lesen und du hast halt hier die angepassten Apps. Tipp Nummer 3, am meisten kannst du den S-Pen natürlich benutzen, wenn du in der Samsung Notes App bist. Wenn wir jetzt hier eine neue Notiz starten, dann kannst du natürlich einmal einfach hier schreiben. Was aber viel interessanter ist, du kannst die Handschrift auch zu Text umwandeln lassen. Scrolle einfach hier unten weiter, bis du dieses Symbol siehst. Da klickst du dann drauf und jetzt kannst du hier einfach reinschreiben. Und deine Schrift wird automatisch in Text umgewandelt und das funktioniert sogar richtig gut. Und das funktioniert sogar richtig gut. Ich liebe dieses Feature und es ist sehr mächtig. Probier es unbedingt mal aus. Die Handschrifterkennung geht auch im Browser. Probiere dazu einfach den Samsung Internet Browser aus. Klicke oben auf die URL und achte darauf, dass du die Samsung Tastatur eingestellt hast. Mit Gboard geht es nicht. Und dann kannst du hier einfach oben in die URL deine Webseite reinschreiben. Mit ein bisschen Übung klappt das auch ganz gut. Aber gehen wir nochmal zurück zum Zeichnen. Wenn du zum Beispiel Symbole malen willst, dann sehen die wahrscheinlich nicht so gerade aus. Aber es gibt eine Autokorrektur, die diese Symbole in richtig schöne Form umwandelt. Scroll dazu einfach hier unten nach rechts, bis du hier zu diesem Symbol kommst. Und wenn ich jetzt ein Quadrat male, wird das automatisch korrigiert. Das geht auch mit Dreiecken, mit Kreisen und sogar auch mit Pfeilen. Das ist auch eine sehr mächtige Funktion und die solltest du unbedingt mal ausprobieren. Kommen wir zum nächsten Tipp. Im Samsung Kalender kannst du mit dem S-Pen auch einzelne Notizen hinzufügen. Öffne dazu die Kalender-App. Dann ziehe das Bild erstmal nach unten. Und jetzt siehst du hier oben dieses Stiftsymbol. Da klickst du drauf. Und jetzt kannst du hier sogar deine eigenen Zeichnungen hinzufügen. Also hier zum Beispiel sowas oder sowas oder schreiben. Du kannst also Handschrift oder Form oder sonstige Zeichnungen zu deinem Kalender hinzufügen. Weiter geht es mit den R-Commands. Wenn du zum Beispiel in der Galerie bist, reicht es, wenn du deinen Stift einfach nur über ein Foto hältst. Dann wird es automatisch vergrößert. Das funktioniert auch in anderen Apps, da musst du einfach mal ausprobieren. Wenn du ein Bild auswählst, kannst du sogar mit dem Button Weiter- oder Zurück gehen. Wenn du einmal drückst, gehst du zurück. Wenn du zweimal drückst, gehst du vor. In der Kamera gibt es auch tolle Funktionen mit dem S-Pen. Starte dazu einfach die Kamera. Wenn du einmal den Button drückst, wird ein Foto gemacht. Wenn du zweimal den Button drückst, wechselst du zur Frontkamera. Und wenn du den Button drückst und dann nach links oder rechts wischst, wechselst du die Modi durch. So kannst du also auch ganz entspannt aus der Ferne Fotos von dir aufnehmen. Falls du noch mehr Tipps und Tricks für dein Galaxy Smartphone haben willst, dann kann ich dir meinen Samsung Galaxy Einsteigerkurs empfehlen. Ich habe 60 Videos aufgenommen, in denen ich dir alles über dein Galaxy Smartphone beibringe. Vom Einrichten bis zum Navigieren, den Einstellungen und den wichtigsten Apps erkläre ich dir alles von A bis Z. Der Kurs ist jetzt nur für kurze Zeit reduziert. Den Link findest du in der Beschreibung. Und das waren die besten S-Pen-Tipps für dein Galaxy S23 Ultra. Welchen Tipp fandest du am besten? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like und abonnier meinen Kanal, damit du auch meine anderen S23 Videos nicht verpasst. Freut mich auch gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du hier links klicken, dann kommst du zu meinem Galaxy S23 Ultra Gewinnspiel. Oder klicke hier rechts, dann kommst du zu einem anderen Galaxy S23 Video. Los, klick drauf, es lohnt sich. Klick drauf, es lohnt sich. Klick drauf, es lohnt sich. Untertitelung des ZDF, 2020